Ne, also ehrlich gesagt, bisher war ich noch nie auf Crack, glaube ich zumindest, weiß ich nicht. Hey, da sind wir wieder, hey, wie geht's? Oh, ich bin so kaputt, also, ich, kriegt man mit, was ich erzähle, oder? Ja, ich bin schon mit. Hätte ich einen Teppich in der Fresse. Hey, Leute, what up, you pennas? Ne, echt, schön, dass ihr zuschaut. Hallo, hier ist der Knochen. Und jetzt wird er mit Kasachfrau sein. Oh, kacke. Ich weiß gar nicht, wie viel, die kann ich mir gerade reinpfeifen hier, aber er war auch tierisch. Vielleicht, vielleicht solltest du, wie heißt das Spiel? Shop. Hä? Shop-Lifter? Shop, äh. Shop-Modell. Scheiße, wie heißt denn der Kack? Sex-Shop. Shop-Modell? Sex-Shop-Modell? Gibt's so ein Spiel? Wieso spielen das nicht? Spielst du das? Guck mal, mein Link. Ja, ja. Ach hier, ja, nee, ich weiß ja, ich komm gar nicht drauf. Du weißt ja jetzt, mit irgendwelchen hier so großartig denken, ist heute nicht mehr so viel drin, ne? Hm. Ja, ich weiß nicht, ich spiel so ein Spiel, wir spielen so irgendwas mit Shop, aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Kacke, jetzt fliegt ihr da rüber. Du alter, pfeifenreiniger Jung. ich weiß nicht, nicht mehr, aber klar. Ich weiß und meine ich ab und zu noch klug. So ist hier klar. Ich weiß, meine beim Kera Bericht. Ja? Ja, aufschlaven. Was will der? Was will der? Sie sollen mich in Ruhe lassen sich verbissen? Ich hab schon einen weggebrezelt hier, ne? Wollt ihr nur mal anmerken. Was? Ich hab nur 3 Ziele zerbummst hier? Ach da, Kaira Berlin, ja. Alter, du bist ja heute im Poser, Alter. Wie viele Kinder sind denn da weg? Du bist voll angebermäßig hier. Oh Gott, hab ich nie im Leben geschafft. Das ist das erste Mal. Ja, das sagst du noch. Weißt du, so hätt ich erzählen können, ey, du bist voll der Skiller und so, ne? Ja, ich muss nicht so angeben tun. Ich bin nicht nötig. Alter, was redest du da? Mein Flugzeug ist kaputt. Ich hab nicht steuer irgendwie schlägt. Ey, was? Ne, äh, sie klemmen wir jetzt mal. Verflügt was? Oh Mann. Wie? Woher soll ich das jetzt wissen, wenn ich das nicht... Ne, aber was soll das heißen? So als hätte ich das nötig hier auf die Kacke zu hauen oder was? Hab ich auch nicht nötig. Ja. Ich hab ja Skill. Ja, ich auch. Guck mal, Dreifachschlag, Digga. Kriegst du's mal hin? Hab ich... Hab... Jaaaa... Im letzten... Im letzten Jahr, genau. Werd nicht gemein, sonst werd ich auch gemein. Du hast nen kleinen Pimmel. So, wir sagst'n jetzt. Ja. Ich hab gar keine. Siehste? Und hab damit keine Probleme. Ich gib's zu. Ich hab keine. Ne, und man sollte auch zufrieden sein mit dem, was man hat, ne? So heißt das doch immer. Ja. Ist hier einer? Hier, hier, hier irgendwo fliegt einer. Hier, ähm... Wo ist denn der? Unter mir? Oh Scheiße, hinter mir. Vor mir! Und Kaboom! Hui! Ne, ich leb noch. Ach, du nicht mehr. Okay. Thomas? Ah, Thomas? Thomas hat sich gegielt. Ah, Thomas hat sich gegielt, ja. Den fucking Minzeboot! Ich komm nicht mehr rüber hier, glaub ich. Das ist wirklich ein Schwammfliegen mittlerweile, ne? Aber der auf einer Seite nur mit Wasser vollgesogen ist. Mhm. Oh, shit. Oh, die Flaggballader, komm! Uuuuuh! Okay, ich hab wieder dabei. Was fliegst du denn? Was fliegst du denn? Ja, weiß ich doch nicht, was du fliegst machen! Fang mich doch nicht, was du fliegst! Ich hab das scheiße jetzt, weil... Das sind meine Bomben! Ich hab einen weggemacht. Wieso hat das Flugzeug schon keine Bomben? Weiß ich doch nicht, der fliegst wahrscheinlich, äh... Was hat das die ganze Zeit Bomben gehabt? Wieso hat das jetzt keine Bomben? Du fliegst ein P36! Ja, was ist das? Das ist ein Jagdflugzeug! Ja, was ist das? Ja, was ist das? Das ist nicht das Flugzeug. Das ist nicht das Flugzeug. Das ist nicht das Flugzeug. Ich schien wollte echt nicht. Ja, aber hast du es ja genommen, ne? Ich denk mir, wie... Wo sind die Bomben hin? So! Das sieht aus wie das andere. Ja, die seht doch alle gleich aus, ne? Die Amerikaner. Ja, und mich schießt wieder auf mich, ne? Ja, du! Frachin! Ah, Yoga fühlt sich auf mich zu! Und irgendwelche... Und irgendwelche... Wer denn noch? Und zum P36 Hawk. Ach, das bist du? Ja! Oh, da fühlt sich auf mich zu! So, ich hab schon wieder einen platt gemacht hier. Hältst du davon? Ja, ich auch. Ohne Abschusshilfe. Rein der Röder, ich hab platt gemacht. Ey, flieg mal nicht hier vor mir! Flieg mal hinter mir! Die machen mich kaputt hier! Ja, ich bin ein bisschen schneller, ne? Ja, dann mach doch mal... Handbremser an hier, oder so. Handbremser? Hast du gesagt, fick dich? Was? Hier ist meine Frage, was hast du gesagt? Nein, du musst das nochmal hören! Einfach abhören! Das ist das... Deine Aufnahme! Ah, hier ist schon wieder einer hier! Ja, hier ist gar keine Zeit hier! Während der Aufnahme kann ich meine Aufnahme nicht abhören! Ah, das war jetzt ein bisschen übertrieben hier! Drei Bomben auf so'n Schrott! Aber ich bin noch im Game! Weiß wer? Nachladen! Ah! Brauchst du! Okay, versuch... Diese Flak da versuch'n... Oder Bunker, oder was das ist! Ah! Mein Schutze ist kaputt! Schutze kaputt! Schutze kaputt! Dabei, dabei! Schutze! 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 Boah, jetzt hast du mit deinem Gladiator am Arsch! Ah! Der ist das! Komm hier, den krieg ich noch! Zack! Zack! Zack knüllt den Bruder! Ach, hier ist guck mal! Hier ist noch eine ganze Pillbox! Da sind noch alle! Da sind die ganze Flagge noch drin! Ah, scheiße! Nein! Oh, du bist dort! Oh, kacke! Alter, ich bin hier alleine. Ich denke schon, ja, irgendwie bin ich, ah scheiße, ich habe noch gar kein Flugzeug verloren, guck mal, wie gut ich bin, ey, voll der Skiller. Aber wir haben gewonnen, was, was sind die Latschig, was? Was hast du ja geschrieben, die Latschig, blablabla? Ja, was war denn das? Ich habe eine Furchtwischen. Achso. Guck mal, Analfabet, ja, das kannst du haben, ne? Oh, Entschuldigung. Guck mal, nur Zweiter. Scheiße, war echt schlecht, ey. Du brauchst doch keine verbesserte Toebelos. Ey, bis gleich, ne, Leute, hau rein. Ah, je, je. Ey, ey, falsche Taste gedrückt, so offen, ey, oi, oi, oi. Bist du's durch? Ich habe schon acht Knollen reingepfiffen hier, irgendwie so, halber Liter hier, irgendwie, irgendwie. Nimmst du's auf? Hey, wohl ab! Na, komm, hier, komm, jetzt reißen wir uns nochmal zusammen hier, ne? Ja. Ja, du bist doch schwer betrunken, das ist ja nicht normal. So macht man das. Oh, ich kann doch mal rausgucken. Du brauchst diese blöden, verbesserten Torpedos. Was kommen die, auch scheiße, hier gibt ja kommen Bodeneinheiten. 24. Ja, schlackt euch um die. Hier fliegt auch ne Catalina direkt so... J-Boom! So heißt er. J-Boom? J-Boom! Nazarov live! Oh, ganzes in der alten Namen hier. Sag mal, hab ich eigentlich hier so Wetteinsatz? Ich hab sowas. Ja, start doch mal. Ich weiß nicht wie. Ja, Tabelle und dann aktivieren. Rechte, Tabelle? Und... Achso? Wo ist das denn? Unten, da unter der Liste. Einsatzbefehle? Ja. Welchen soll ich denn nehmen? Ja, wo, was, keine Ahnung, weiß doch nicht, was du hast. Welcher? Klingt doch irgendwas da, als du wusst. Ja, nehm, wir mehrfachschlag. Oh, Gott. Okay. Wieso schießt der denn hier? Was ist denn da? Mehrfachschlag! Ah. Das schaffe ich, weiß nicht. Ich hab da irgendeinen über mir. Wo sind denn jetzt die Bodeneinheiten? Scheiße, jetzt hab ich die ganze Zeit auf irgendeine andere Kacke geguckt hier. Hau ab mit deinem Eljuschen, Alter. Deine Mutter, so eine verdrepperte Hure. Ja, Kacke, da hau ich doch nichts mehr weg, da. Ah, doch, einen hau ich noch. Oh, du Arschloch. Junior Jasmin. Junior Jasmin, was ist denn? Was ist das denn? Echt, das... Hier sind noch der Pillboxes hier. Oh shit, da hab ich natürlich mal ne Bomben scheiße angelegt. Aaaaaaaii, caramba, hier ist einer. Muchos Caputos, er macht mich dos. Oh. Ja, dachte mir auch grad. Da ist nicht nur einer, ne? Ja, lass die auch ein bisschen blöd steuern jetzt hier so. Zwei, zwei hängen die am Schwanz. Ja, also eine Seite ist schon... Schweizer Käse, äh, düble. Oh fuck. Ah, ich... Ja, ist auch... Ah, da fliegt doch so ein Scheiß-Lack auf mich zu hier. Komm, hau ab, Junge. Aaaaaaah! Bringt das was, wenn ich so brille? Haha, find ich besser. Nee, ich glaub nicht. Du wirst auch nicht, da. Nee, irgendwie nicht so. Äh, so'n, so'n... Oh, shit. Okay, mein indianischer Kampfschrei hat nix gebracht hier. Aber doch, was einst du? Oh, shit. Ja, klar. Klar. Nimmst du's auf? Haha, ich weiß nicht, wie geil das ist, wenn du mal... Wenn du in der Aufnahme fragst, ob ich aufnehme? Natürlich nehme ich nicht auf, ist ja klar, ne? Jetzt bin ich ja... Ich bin ja die erste Person, die man, äh, ne, anzeigen kann. Ja, töt' ich mir auf, mir geht doch die Idee nach Hause, ich nehm doch jeden Scheiß jetzt mittlerweile auf, du. Naja, das kann ich auch nicht. Hä? Das nimmst du jetzt nicht auf, ne? Pfff. Wo ist der Sinn, ne? Mann, kannst du das einfach nicht sagen? Ja, ich nehm auf, mein Gott! Hey, und ab, Leute! Nee. Ich muss doch röcheln wegen dir. Hm, wegen mir? Wegen deinen Alkoholsucht. Alter! Alter, ich stimm mir immer nicht bloß. Was ist das für scheiße, Alter? Da hab ich mir einmal ein paar Knollen reingepfiffen hier, und dann war's auch noch ziemlich warm, ne? Und ich bin ein bisschen daneben, ne? Mein Gott, der war... Wann mach ich denn sowas? Einmal im Jahr oder so, ne? Durchgeht. Ja, der fällt mir ein... Ich hab schon mal so ne Videos gehabt. Echt? Ja, auf einem anderen Kanal, den ich ja nicht mehr habe. Halte ich wie gesagt nicht mehr hochgeladen. Ich glaub, die... Das war so eine Serie, don't drink and fly! Ich glaub, da hab ich ein... Zwei Tage danach komplett mal einen weggebrettert, so, ne? Und so Schrott-Videos aufgenommen. Ja, aber die sitzt jetzt in meinen Archiven hier, ne, also nicht mehr so einfach zugänglich. Scheiße, nicht getroffen hier. Das sind auch noch so eine, wo sind die denn? Was ist mit dem Einsatz? Das ist weg. Der ist abgelaufen, der läuft ja irgendwann ab. Ey, wer hat die jetzt weggemacht hier? Alter, das ist jetzt nicht euer Ernst. Wo ist das nächste Ziel? Der sieht ja schon fast alle weg hier. Und irgendwer brettert gerade an mir vorbei hier. Na, Raketen? Ich glaube, ihr habt eine Rakete gehört. Shit. Ja, tatsächlich, ich wusste doch, ich habe Raketen... Was? Alter. Der Typ hat mich mit einer Rakete abgefickt hier. Ich habe noch nie eine Rakete gehabt. Ja, aber ich gerade habe eine voll in die Rosette gekriegt. Mann, hier sind ganz viele Flags. Das ist der Flugplatz. Echt? Wo ist das andere Ziel? Ja. Wo ist das Ziel? Irgendwo... Nein, 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 nein. Flieg, flieg. Alter, hat er mir... Der Typ, der mich gekillt hat, hier, Brotlev heißt der oder so, ne? Er ist einfach aus seinem Flugzeug raus. Wieso ist denn der... Er hat dann mit einer Rakete reingezwimmern. Ich habe, glaube ich, noch nie eine Rakete abgekommen. Alter. Puh! Oh, nee, den schauke ich nicht hier, oder? Die haben mich doch gepackt. Ich dachte, ich dachte... Da waren irgendwo... Scheiße, das habe ich wieder... Ja, konnte er mich nicht so killen, dann rampt er mich einfach. Was für ein... Ja, Junior darfst mieten. Da würdest du von so einem Namen erwarten. Oh, ich habe ihn gekillt, brother. Shit. Gibt es überhaupt noch? Hier irgendwo ist er eine Bodeneinheit. Scheiße, die muss direkt vor mir sein. Da, ja, okay, ich sehe ihn. Noch ein Flugzeug weg. Küsst eure Mütter. Verlieren. Super, Blatt! Oh, shit. Oh. Ne, wir könnten noch gewinnen. Knapp, sehr knapp. Ihr müsst jetzt irgendwas wegbreddern hier. Sonst will das nichts mehr. Das ist alles irgendwie zu weit. Ich habe gestartet erst. Das ist doch scheiße. So sind die Knäne. Und schon wieder. Ja, aber Krieg ist doch nur geil, wenn man auch gewinnt. Irgendwie lohnt sich das ja gar nicht. Also nicht, dass... Ich will es nicht sagen. Das kriegt Geiles oder so, ne? Das ist ziemlich scheiße. Aber im Spiel ist er relativ cool. Und, äh... Ja. Vielleicht sollte ich einfach nicht weiterreden. Guck mal, ich bin Erster und du auch, wenn man die Liste umdreht. Hey, hey, hey. Ja, ich sag mal... Boah, ich bin so Zähmert, ey. Ich glaube, ich kriege so Latent-Kopfschmerzen hier, so, ne? Jetzt habe ich das Wort auch noch im falschen Kontext. Ja, ich sag mal, danke fürs Zuschauen, ne? Hinterlass ein Abo oder die W würde mir helfen. Bitte, was... Ich quatsch ja nicht dazwischen, wenn ich mich verabschiede. Alles. Was habe ich jetzt... Was hast du überhaupt gesagt? Ich habe gar nicht verstanden. Du hast, äh, dich bedankt fürs Zuschauen. Ich sag mal, fürs Zuhören auch. Toll, dass du es gesagt hast. Ja, danke auch fürs Zuhören, ne? Haut rein, ihr Keulen. Und, äh... Nimmst mal wieder Solo. Mir reicht jetzt hier. Tschau, tschau. Ja, holla die Waldfee. Bis demnächst. Tschüss mit Ös. Tschüssi, Kopfschmerz. Tschüssi, Kopfschmerz. Tschüss. Tschüss, knüppel die Böms. Und, äh, bis demnächst. Äh. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Oh Gott.